Hallo Leute und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, hui. Und eine Person hat das Video gesehen, weil es kommen wahrscheinlich erstmal keine Videos. Ne, ich habe es hinbekommen, dass ihr jetzt wieder Videos haben könnt. Es wird jetzt wahrscheinlich jetzt... Warte mal, heute. Also ich nehme das Video jetzt am 23. auf. Ihr seht es am 24. Ich werde heute noch das Video für den 25. aufnehmen. Und ja, und so weiter. Weil ich war jetzt gerade richtig am Scheitern, weil da mein Monitor fehlt, weil der kaputt gegangen ist. Habe ich gerade gedacht, vielleicht geht es euch. Aber es geht. Und ich habe total Armschmerzen. Aber ich nehme trotzdem ein Video für euch auf. Einfach nur, weil es Spaß macht. Und wisst ihr, wieso es so Spaß macht? Weil es hier niemand anguckt. Und ja. Und ja, wir sind hier wieder bei unserer Roadplay-Stadt von. Und vielleicht alle, also was ich in der letzten Folge gezeigt habe. Leute, die es nicht gesehen haben. Ich habe mein Ding ausgebaut. Meine Werkstatt. Hier können wir dann mit dem Auto hoch. Hier ist jetzt mein neuer Typ. Hier habe ich dann noch Wohn-Dingster. Tank. Mein Waffenladen. Den kennt ihr aber schon. Hafen hat sich nicht viel geändert. Tankstelle auch nicht. Dieses, äh das Restaurant von FKW. Geht wieder. Und wir wollen den 7. Stock. Und später könnt ihr auch mitspielen. Aber es kommt nicht drüber rein. Ich zeige euch hier mal so ein Zimmer. Was ich noch nicht getan habe. Hier ist das Schlafzimmer. Wie gesagt, ihr habt das hier dran. Oh, das ist nicht dran. Hier ist alles nichts drin. Und, äh, hier ist noch ein Badezimmer. Genau. Oh Leute, zeige ich mal was. Das ist der Punkt. Genau. Immer schön die Tür offen lassen. Dann zumachen. Und dann drin bleiben. Nein. Ähm, tatsächlich. Neckts bei mir. Alles genau. Egal. Wir fahren mal wieder runter. Sprengt der auch manchmal im Aufzug? Nein. Egal. Fangen wir rein. Ja. Ähm. Hier sind die Einfamiliehäuser. Dort haben wir noch nichts gellert. Baumarkt hat sie auch noch nichts gellert. Und wisst ihr was? Ich hab gerade Bock auf eine Runde Karte. Huch. Ich hab nur eine Karte. Huch. 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 Da muss ich jetzt nicht. Oh. Ich bin mir richtig gut. Hier unten kann man kein Gas geben. Wieso auch immer. Chiseledloppen kann man kein Gas geben. Außer halt auf den hier. Gut. Wir fahren permanent auf Chiseledloppen eigentlich. Ich fahr gleich mal unten lang. Ich fahr gleich mal unten lang. Wir parken einfach mal wieder. Wo ist eigentlich das? Komm mal guck. So. So. Ich fahr gleich mal. Ist das hier? Ah. Ist das nicht. Ne. Wo hab ich meine Motto? Ah genau. Was ich euch zeigen wollte. Und zwar. Ähm. Haben wir eine neue Mod. Nein. Die Voice Mod. Ähm. Habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Mhm. Ignoriert das einfach. Ähm. Ach genau. Einfach mal Mods. Und zwar. Ich zeig es euch so. Ich werde noch eine Mod-Vorstellung machen für dieses Modpack. Vanilla-Items, Vanilla-Items, Vanilla, 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 Vanilla. Genau, wir haben diese Backpack-Mod, aber bei unten die Funktion... Genau, diese Backpack-Mod, die geht nicht aus welchem Grund, die werden wir rausnehmen. Bibliocraft haben wir drin für die ganzen Möbel und so. Chizzle, Blockling-Mod, die werden wir wahrscheinlich auch rausnehmen. Aber was haben wir hier noch drin? Chizzle, Chizzle and Bits haben wir drin. Tech Guns, Items and War-Mod, Gucken von Blockheads, Pizza-Craft, Harvest-Craft, Extra-Utilis 2. Dann haben wir noch Lumberjack-Ecks, die Just-A-Fish, Skill-Mod, eine selbstgemachte Mod von Fake-HD und zwar Handys. Die Grappling-Mod, die Grappling-Hook-Mod, die Currency-Mod, die Mr. Crave-Fish, die Wives-Mod, die Future-Mod, die Vehicles-Mod, die Waffen-Mod, Harvest-Craft, schon erwähnt. Robridge, Pizza-Craft, Tech Guns, AFA-1, genau das war eigentlich alles ganz schön. Und wisst ihr was, wir gehen einfach mal diese Folge in AFA. Weil es ist ja nicht nur das Projekt, ich zeig euch Updates, sondern wir werden was machen. Wir schauen mal bei Koala vorbei. Sein Haus ist noch nicht weiter gebaut. Aber ja. Wir gehen hinten rein. Und ja Leute, ich dachte auch früher, AFA-Portal kann man auch ohne Mods machen und geht am Handy. Nein, geht's nicht. Ja. Das war doch so damals was, was man gedacht hat. AFA. Ich finde dieses Gras so schön. Ich ignoriere das einfach mal, was ich getan habe. Fliegende Schweine sind so toll. Okay. Okay. Oha. Das sind Riesenwale. Und. Ich. Halt, die hört sich an, wie Tyro Star Wars. Falls ihr es noch auf Rabbids gesehen habt, wisst ihr was ich meine. Ja, mein Haus. Ah genau, das muss ich euch mal zeigen. Ich habe einen Urwald erschaffen bei mir. Und zwar. Und zwar. Ich habe das ja mal in der ersten Folge, glaube ich, gezeigt oder so. Ich habe hier ein Urwald erschaffen mit mir. Da vorne kommen noch ein paar mehr hin und noch Bäume. Aber in Möglichkeit. Also. Das habe ich euch gerade nicht gezeigt. Gehen ist noch mehr. Man kann hier durchgehen. Dann kann man hier lang gehen. Geht man hier lang. Dann kann man hier und dann ist man hier unten. Und hier gibt es auch eine Eingabe. Und der ist halt eigentlich hier unten. Wir erwähnen auch noch was. Eventuell. Meine Idee ist, dass ich noch einen Vulkanbaum mache oder so. Oder einen großen Berg, den man besichtigen kann. Was kann ich diese Folge tun? Weißt du was? Wir gehen einfach meine. Aber so. Normalerweise kann ich dir tellen. Äh. Was würdest du eher Fragen machen? Aber. Ja. Das ist eine ganz schwierige Sache. Mal hoch. Und. So. Jetzt wird es eh noch. Das tut jetzt noch nicht. Okay. Wir gehen einfach runter. Okay. So. 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 Ja. Ja. Ich habe mich hier öfters mal angekommen. Oh. Eigentlich sollten wir auch mal Koppel fahren wieder. Weil. Dann wird das Koppel gut aufgebraucht. Aber nicht bei mir. Koppel oder so. Diese Basalt. Besogen. Ähm. Und falls ihr in die Kommentare schreiben könnt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und YouTube die Funktion bei mir deaktiviert. Ich weiß nicht. Oh. Aber die Funktion. Aber. Das ist einact war großartig. Ich weiß nicht. Ja. Was ist das hier? Das sind 2 Parts. Was kann man aus 2 Parts machen? 2 Parts. Ist nicht das stärkste Material. Das ist irgendwie da. Unsere Motorradteile können wir mal abziehen. Bitte! Ich zeig's euch oben, wenn wir wieder oben sind. Kohle, 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 Kohle. Was ist das jetzt für ein Erz? Kobalt. Ist das nochmal Kobalt? Redstone nehme ich mit. Zum Verkaufen und zum Sachen. Aha. Ah, egal. Ich bin Erz. So. Oh, ähm. Reisen. Welcherweise sind wir hier eigentlich? Sieben Monat? Ne, ne. Vierer. Also so Obdier, glaube ich. Obsidian. Also ich bin... Also ich habe jetzt Full... Eigentlich könnte ich mir Full Obsidian machen. Das leichter ist als Full Deer. Weil Obsidian kann man ja Massen herstellen. Ah, und es ist auch besser. Obsidian als ja. Oh, warte mal. Was? War da? War da nicht gerade Maintie? War da gerade Maintie? War da gerade Maintie? Oh, nein. Was ist hier? Nochmal Eisen. Das finde ich ganz klasse. Oh. Nein, oder? Jetzt finden wir noch Deers. Weil drei Deers zu finden oder so viele Pickaxe in unserem Modpack ist nicht ganz schwer. Und... Und... Dann hatten wir halt direkt schon Dias. Habe ich, ähm, mit Full Obsidian. Und ich hatte halt am Anfang, in dieser Welt, als wir gestanden haben, in der Startruhe, hatte ich, äh, einen Obsidian-Chess und ne Portugun. Portugunsmob mussten wir leider rausnehmen. Deswegen. Sonst hätte ich noch ne Portugun. Da, äh, bei uns immer das... Da wir stillkommen, aber mit ziemlich wenig FPS plus. Genau. Was soll ich eigentlich als nächstes mal bauen, hier in der Stadt? Also, bei kommende Schule noch. Dort kann man... Ja, ich weiß aber nicht, ob sich das lohnt, oder? Doch, egal. Wir werden eine Schule bauen, oder? Na gut, ich nicht, aber... Unsere Kumpane. Wir bauen hier einfach auf. Nice. Wieso ist in dieser Welt... Oh, Eisen. Eisen, das sag ich doch nicht mal. Äh, äh... Und das... Copper. Genau, das brauchen wir. Das machen wir mal weg. Oh, wir brauchen uns mal. Super. Ach, ich zeig mal das Techgans-Schloss. Weil jetzt grad hab ich Zeit. Das ist das. Also früher, als ich immer Techgans gespielt hab, nicht? Ich glaube, das wurde neu eingeführt, das Haus. Ich weiß nicht. Weil ich hab ne Zeit lang kein Minecraft mitgespielt. Und immer, als ich Techgans gespielt hab, ich hab dieses Haus nie gefunden. Und wer haben wir von? Drei oder so in der Welt. Also, ich weiß ja nicht... Was... Ich davon halten soll, aber... Was... Das war nicht... Äh... Wisst ihr was? Wir verkaufen gleich mal unsere Sachen. Erstmal schmelzen wir alles unten. Äh... Kommt auch. Oh... Ich weiß heute nicht. Holz... Und so schmerzt das nie schlau. Eigentlich. Hier kommt... Oh... Das da rein. Das da rein. Das da rein. Oh, ich dachte schon, ich hab mein Eisen weggeschmissen, Leute. Ich dachte... Ich dachte... Only, ne? Ähm... Amber... Topaz... Oh, ich hab Amber... Wie viel Amber hab ich denn jetzt? So viel... Was ist denn das? Mit... Mitril... Mitril... Mitril ist aber nicht... So gut. Ähm... Das kommt hier... Ja... Hier sind wir jetzt schon fertig mit dem Koppa. Koppa... Koppa bräuchte... Verzeih ich ganz... Nein! Oh mein Gott! Nein! Ich... Leute... Falls ihr nicht wisst, was ich gemacht hab... Ich hab meine... Ich hab nicht mein Eisenärzte reingelegt... Ich hab mein Eisen reingelegt! Was kann man daraus craften? Titanium und Steel! Oh nein! Gold Steel... Fire Steel... Heavy Metal... Och nee! Ich brauch doch Eisen! Äh... Das Redstone gehen wir mal verkaufen... Warte... Ich hab keine coolen Menge... Da nehmen wir alles drin mal rein... Stein, Stein, Stein... Stein, Stein... Stein... Alles was ich besitze zur Zeit noch... Stein... Stein euch das mal vor... Mein... Mein Wobob... Diese roten Punktchen... Ich hab mir gesehen... Redstone... Genau... Die Fidias... Das Eisen... Mein Wassereimer... Kommt der eigentlich hier hin... Diesen Magneten... Kann man hier... Das tun wir hier... Ähm... Das hier lagern wir mal... Außer meiner Ramschkiste... Das hier auch... So... Dann gehen wir jetzt mal hoch... Das verkaufen... Wie lange ist die Folge... Ich kann's nicht sehen... Ich find's klasse... Deswegen werd ich jetzt einfach... Ein bisschen... Ein bisschen... Rein... Und... Redstone bringen wir... 1-2 Euro... Das heißt... Fast gute 90 Euro... Gemacht... So... Wie viel haben wir jetzt... Wir haben... 6.547... Äh... Oh... Da machen wir... Ganz ins Deck... Du... 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 Ah... Das ist rausgekommen... Das ist rausgekommen... Nochmal... 128... Das nehme ich doch gerne... Jetzt haben wir... 6.665... Und noch ein paar... Zerquetschte... Genau... So... Ich geh jetzt das zweite Mal hier... Schlafen... Sonst mach ich immer Tag... Aber ich geh jetzt schlafen... Da... 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 Ah... Genau... Das zeig ich euch dann jetzt noch... So... Und zwar... Ihr kennt ja diesen Hut... Mein Lieblingshut... Ich hab noch den hier... Den Hotdog... Den Hotdog... Ja... Brainer... Hab ich mein Gehirn... Den Lego Head... Der sieht leicht aus wie Roblox... Diese Katze... Diesen Creeper... Kopfhörer... Headpants... Den find ich auch ganz witzig eigentlich... Bauarbeiterhelm... Der ist aus Spongebob... Das ist der Handschuh... Der... Aus dem Handschuh lag... Der Handschuh... Kopfhörer... Ich bin anders... Schmaut... Äh... Ja... Dafür Gary... Bob Ross... Äh... So ein Typ... Der daimensüchtig ist... Nase... Ich bin ein Schweizer... Käse... Schweizer... Käse... Schweizer... Ja... Jetzt schaut schon... Ein Schweizer... Vielleicht jetzt vielleicht... Oder hab ich hier noch so Köpfe... Das was... Genau... Genau... Was hatten wir noch... Atombombe... Das... 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 Genau... Das... Den nutzt ich ja... Moviemakers... Also... Aber den... Ich check das nicht... Also... Ja... Es ist witzig... Zylinder auf den Pistole zu haben, aber auch einfach. Wieso? Party. Pandas, Gars, Präsent. Ja noch. Sims 4. Ich bin ein Sims 4 Typ. Nein, wartet mal. Ich bin Herb. Oh mein Gott sieht das blöd aus. Herr Professor Felix. Herr Professor Noah. Es ist ziemlich wack, was ich in meinen Videos tue. Und deswegen bekomme ich auch nie Aufrufe Leute. Und ich weiß, jeder, dass sich mein Video anguckt, denkt sich, wieso ist der so dumm? Und eigentlich bin ich so gar nicht. Aber irgendwie, ich hab, also ohne, in letzter Zeit bin ich halt echt so. Ich hab keinen Plan. Ich hab eigentlich auch keinen Bock hier drauf. Ich weiß gar nicht, wieso ich sie überhaupt tue. Sag ich es ehrlich. Ich tue es eigentlich nur, weil ich nichts anderes zu tun habe. Wo ist mein Motorrad? Kann es sein? Ah, genau. Stimmt, ich bin ja mit meinem Motorrad. F8. 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 Nein. Wetter. Ich zeig ihm was. Sport. 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 Schauen Leute, ich lasse nochmal in Sport. Okay? Ja, Leute, ich treibe Sport, aber auch nur in Minecraft. Sport. Ich bin eine Banane. Super. Aua, 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 Aua. Egal, ich packe auch mal ein. Es geht auch nur mit dem Motorrad eigentlich. So sieht es übrigens da drunter aus. Falls ihr euch fragt, wie das da drunter aussieht. Ja, das war's dann mit der heutigen Folge, Leute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich habe irgendwie nur Unsinn gemacht. In der letzten habe ich noch mal Unsinn gemacht mit Fake HD. Aber ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Morgen, am 25. Seht ihr dieses Video. Das nächste, das seht ihr am 24. Bis dann und haut rein. Und ciao, Leute.